Die Überraschungen liegen nicht in den Gesamtergebnissen, sondern eher in den Details. Pfarreien zum Beispiel, die ihre Wahlbeteiligung vervierfacht haben. Bei anderen auch das Gegenteil. Da ist in den nächsten Wochen noch Ursachenforschung gefragt. Wenn also die Wahlbeteiligung mit rund 11 Prozent insgesamt leicht gesunken ist, dann ist dieser Durchschnittswert allein nicht aussagekräftig. Die Wahlbeteiligung ist recht unterschiedlich. Im städtischen Bereich ist sie leider relativ niedrig. Anscheinend lassen sich die Menschen nicht so ansprechen, nicht so motivierend zur Pfarrgemeinderatswahl zu gehen. Im ländlichen Bereich haben wir sehr gute Beteiligungen von 30 Prozent bis Richtung 50 Prozent. Viel erhofft hat man sich von der allgemeinen Briefwahl. Vier Pfarreien hatten beim letzten Mal mitgemacht und ihre guten Erfahrungen im Vorfeld an andere weitergegeben. Es waren dann diesmal zwischen 80 und 90 allgemeine Briefwahlen, die stattgefunden haben. Und die haben natürlich eine sehr viel höhere Wahlbeteiligung, zwischen 30 bis zu 50, auch über 80 Prozent in kleinen Vereinen. Also man hat dann eine recht hohe Wahlbeteiligung. Ganz besonders sinnvoll war es in den Pfarreien, die allgemeine Briefwahl zu machen, die durch die Umstrukturierung keinen Sonntags- oder Samstagsgottesdienst mehr haben. Und wo die Pfarreimitglieder natürlich in ihrer Pfarrei wählen müssen, haben dann aber keine Gelegenheit. Dort haben sie durch die allgemeine Briefwahl alle Gelegenheit gehabt, zu wählen. Vor vier Jahren lag der Frauenanteil noch leicht unter 70 Prozent. Das hat sich nun geändert. 70 Prozent weibliche Pfarrgemeinderatsmitglieder, 30 Prozent männliche Pfarrgemeinderatsmitglieder. Ich freue mich, dass viele Frauen im Pfarrgemeinderat sind. Ich würde mir aber auch wünschen für die Zukunft, dass sich ein bisschen mehr Männer einbringen, weil Männer und Frauen haben so ganz unterschiedliche Begabungen, die ergänzen sich hervorragend und dann wäre es auch schön, wenn das ausgeglichen wäre. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr optimistisch, dass da ein ganz gutes Arbeiten möglich ist. Insgesamt ist man beim Diözesanrat sehr zufrieden mit der Wahl. Von den 11.000 Pfarrgemeinderäten sind 40 Prozent Neulinge, die nach und nach in ihr Amt hineinwachsen können. Für die neuen Pfarrgemeinderäte gibt es ein breites Fortbildungsangebot. Einerseits vom Diözesanrat, man findet die Information dazu auf der Homepage. Andererseits innerhalb der Dekanate, da werden die ebenfalls angeschrieben und informiert, sodass sie wirklich eine Fülle von Material erhalten, wo sie sich dann auch beschäftigen können und dann auch wissen, wie sie arbeiten. Die kompletten Wahlergebnisse mit Statistiken finden Sie auf den Seiten des Diözesanrats unter bistu-augsburg.de.